Wir starten beim Einsteigen schon mit dieser wirklich wunderschönen Grafik, das ist einfach schon schön animiert und auch ein ganzes Stück anders als im normalen Golf. Und ansonsten steuern wir das Active Info Display hier mit diesen Tasten, wie auch sonst ganz gewöhnlich. Im Polo GTI gibt es hier eine eigene Taste, wenn man das Active Info Display hat. Hier steuern wir aber mit dem OK Button zum Beispiel die Hauptansicht einmal, so ist es mir immer am liebsten, die Navikarte groß oder klein, das kann ich hier mit OK umschalten, dann wird mir die Karte etwas größer beziehungsweise die Tachos werden dann kleiner, je nachdem wie ich das möchte. Und direkt vorab zur Info, beim Golf ist es auch möglich, die Karte sowohl am Navigationssystem als auch im Active Info Display anzuzeigen. Ich kann zum Beispiel, was ich ganz cool finde, ich kann hier die Karte auch anzeigen und hier quasi in der totalen und hier quasi näher hinzoomt, dass ich dann hier die Befehle direkt vor mir habe. Nee, das ist für die Generation der Active Info Display nicht möglich. Okay, alles klar. Beim Polo zum Beispiel, beim Active Info Display der zweiten Generation, das hat tatsächlich nicht ganz so viel Rechenleistung, ist also in der Herstellung etwas günstiger vermutlich, da ist das nicht möglich. Also wenn man wirklich beide Karten sehen möchte, unbedingt ein Fahrzeug nehmen mit dem Active Info Display der ersten Generation. Ansonsten auch hier wunderschön hochauflösend und ich sag mal so, der Hauptunterschied ist tatsächlich einfach hier im Drehzahlmesser, dass sich hier jemand aus der Volkswagen Designabteilung wirklich was sehr Schönes kreiert hat und zwar diesen, ich sag mal, Schnörkel hier im roten Bereich. Das sieht sehr schön aus. Und ansonsten ist auch alles im Active Info Display, wie aber auch im Navigationssystem beim GTI oder auch GTI Performance, dann bei den Displays immer rot hinterlegt. Also was beim normalen Golf blau ist, sehen wir hier eben im rot. Ich schalte mal die Menüs durch. Wir haben die verschiedenen Ansichten. Also was ich in den Tube sehen möchte, kann ich hier festlegen, zum Beispiel die Navigationsanweisungen. Das ist relativ interessant. Die Fahrerassistenz ist zum Beispiel der Lane Assist gerade aktiv. Wenn ich das aber nicht anzeige, sehe ich das auch sehr schön hier unten. Da steht die Geschwindigkeit, die ich als Z eingestellt habe, beziehungsweise im Millimeter. Verbrauch und Reichweite ist wahrscheinlich am interessantesten. Ich bin entsprechend dynamisch gefahren gerade. Nächstes Menü wäre Audio. Hier auch sehr schön, wenn man sich mal das Bayern 3 Logo anschaut. Und jetzt ist es nicht mehr scharf, aber wirklich auch sehr hochauflösend. Man sieht es auch an den einzelnen Symbolen, zum Beispiel am Anschneidsymbol. Wirklich echt hübsch das Telefon. Je nachdem, was gekoppelt ist. Fahrzeugstatus, da haben wir keine Fehler. Und der Lab Timer, den habe ich vorhin schon mal laufen lassen. Das ist also auch eine Eigenheit bei den GTI Modellen oder auch beim GTI Performance. Da kommt das Active Info Display mit Lab Timer. Ansonsten gibt es hier aber tatsächlich in den Menüs keine weiteren Unterschiede. Das ist also das Active Info Display der ersten Generation im Golf GTI Performance. Dort Serie, natürlich auch verfügbar im normalen Golf GTI oder Golf GTD. Was können wir noch machen? Wie gesagt, hier rechts bei der Reichweite. Schön zu sehen, nochmal in rot etwas animiert, obwohl ich ja unten auch den Tankstand habe. Und dann natürlich die Navigationskarte Fahrerassistenz in groß und Navigation in klein. Ich würde mir das zum Beispiel so legen, dass ich hier den aktuellen Navigationsbefehl habe und der Beifahrer möglicherweise hier noch navigieren möchte im größeren Umfeld am Infotainmentsystem. Und hier dann das Ganze auch nochmal einstellbar. Einstellbar. Letzte Ziele sind hier direkt drin. Die kann ich direkt auch so anwählen. Ich muss also nicht ins Navigationssystem. Das ist auch nochmal ein schneller Zugriff. Was man hier auch sieht, das ist aber beim Active Info Display der zweiten Generation genauso. Es ist wirklich alles sehr schnell. Also hier hängt auch nichts. Ich komme da auch schnell zurecht hin und her. Das ist überhaupt kein Thema. Hier hängt sich auch nichts auf. Also die Animation der Zeiger wie jetzt zum Beispiel, das ist auch so flüssig, dass es für mich aussieht tatsächlich wie ein echter Zeiger. Ja, wir freuen uns über eure Kommentare. Würdet ihr euch das dazu konfigurieren im Golf GTI? Ich würde sagen ja, denn das alte ist tatsächlich noch wie im vorherigen Golf. Das hat sich nicht stark unterschieden zum neuen. Da hat sich nicht viel geändert. Ja, soviel zum Active Info Display Sport der ersten Generation im Golf GTI Performance.